Helga und Peter sind beide 55 Jahre alt und leben in Stuttgart. Sie sind seit über 30 Jahren verheiratet und führen ein glückliches und erfülltes Leben. Helga arbeitet als Lehrerin in einer Grundschule, wo sie Kinder unterrichtet und sie auf ihrem Bildungsweg begleitet. Peter ist Architekt und entwirft Gebäude für verschiedene Projekte in der Stadt. Er liebt es, kreative Lösungen zu finden und an modernen Bauwerken zu arbeiten. In ihrer Freizeit genießen Helga und Peter es, zusammen zu kochen. Sie probieren oft neue Rezepte aus, besonders gerne mediterrane Gerichte. Am Wochenende besuchen sie regelmäßig den Wochenmarkt in Stuttgart, wo sie frisches Gemüse, Obst und Kräuter kaufen. Beide sind auch leidenschaftliche Wanderer. Die Schwäbische Alb ist ihr Lieblingsort für Wanderungen. Dort verbringen sie viele Sonntage und erkunden die Natur. Im Sommer fahren sie gerne an den Bodensee, wo sie entspannte Tage am Wasser verbringen und kleine Ausflüge in die umliegenden Dörfer machen. Helga und Peter haben zwei erwachsene Kinder, die inzwischen aus dem Haus sind. Sie besuchen ihre Eltern regelmäßig und genießen die Zeit zusammen. Familie ist für Helga und Peter sehr wichtig und sie freuen sich immer, wenn alle zusammenkommen. In den nächsten Jahren träumen Helga und Peter davon, mehr zu reisen. Sie möchten neue Länder und Kulturen entdecken und die Welt sehen. Aber egal, wohin ihre Reisen sie führen, Stuttgart wird immer ihr Zuhause bleiben. Helga und Peter sind beide 55 Jahre alt und leben in Stuttgart. Helga und Peter sind seit über 30 Jahren verheiratet und führen ein glückliches und erfülltes Leben. Helga arbeitet als Lehrerin in einer Grundschule, wo sie Kinder unterrichtet und sie auf ihrem Bildungsweg begleitet. Helga arbeitet als Lehrerin in einer Grundschule, wo sie Kinder unterrichtet und ihnen auf der Grundschule auf der Grundschule auf der Grundschule auf der Grundschule auf der Grundschule. Peter ist Architekt und entwirft Gebäude für verschiedene Projekte in der Stadt. Er liebt es, kreative Lösungen zu finden und an modernen Bauwerken zu arbeiten. In ihrer Freizeit genießen Helga und Peter es, zusammen zu kochen. Sie probieren oft neue Rezepte aus, besonders gerne mediterrane Gerichte. Am Wochenende besuchen sie regelmäßig den Wochenmarkt in Stuttgart, wo sie frisches Gemüse, Obst und Kräuter kaufen. Beide sind auch leidenschaftliche Wanderer. Die Schwäbische Alb ist ihr Lieblingsort für Wanderungen. Dort verbringen sie viele Sonntage und erkunden die Natur. Im Sommer fahren sie gerne an den Bodensee, wo sie entspannte Tage am Wasser verbringen und kleine Ausflüge in die umliegenden Dörfer machen. Helga und Peter haben zwei erwachsene Kinder, die inzwischen aus dem Haus sind. Sie besuchen ihre Eltern regelmäßig und genießen die Zeit zusammen. Familie ist für Helga und Peter sehr wichtig und sie freuen sich immer, wenn alle zusammenkommen. In den nächsten Jahren träumen Helga und Peter davon, mehr zu reisen. Sie möchten neue Länder und Kulturen entdecken und die Welt sehen. Aber egal, wohin ihre Reisen sie führen, Stuttgart wird immer ihr Zuhause bleiben. Aber egal von dem, wo sie ihre Reisen führen, Stuttgart wird immer ihr Zuhause bleiben. Aber egal von dem, wo sie ihre Reisen verlassen, Stuttgart wird immer ihr Zuhause bleiben. Wir hören den рассказ noch einmal полностью auf Deutsch und freuen uns, dass wir den Text auf 100 Prozent verstehen. Helga und Peter sind beide 55 Jahre alt und leben in Stuttgart. Sie sind seit über 30 Jahren verheiratet und führen ein glückliches und erfülltes Leben. Helga arbeitet als Lehrerin in einer Grundschule, wo sie Kinder unterrichtet und sie auf ihrem Bildungsweg begleitet. Peter ist Architekt und entwirft Gebäude für verschiedene Projekte in der Stadt. Er liebt es, kreative Lösungen zu finden und an modernen Bauwerken zu arbeiten. In ihrer Freizeit genießen Helga und Peter es, zusammen zu kochen. Sie probieren oft neue Rezepte aus, besonders gerne mediterrane Gerichte. Am Wochenende besuchen sie regelmäßig den Wochenmarkt in Stuttgart, wo sie frisches Gemüse, Obst und Kräuter kaufen. Beide sind auch leidenschaftliche Wanderer. Die Schwäbische Alb ist ihr Lieblingsort für Wanderungen. Dort verbringen sie viele Sonntage und erkunden die Natur. Im Sommer fahren sie gerne an den Bodensee, wo sie entspannte Tage am Wasser verbringen und kleine Ausflüge in die umliegenden Dörfer machen. Helga und Peter haben zwei erwachsene Kinder, die inzwischen aus dem Haus sind. Sie besuchen ihre Eltern regelmäßig und genießen die Zeit zusammen. Familie ist für Helga und Peter sehr wichtig und sie freuen sich immer, wenn alle zusammenkommen. In den nächsten Jahren träumen Helga und Peter davon, mehr zu reisen. Sie möchten neue Länder und Kulturen entdecken und die Welt sehen. Aber egal, wohin ihre Reisen sie führen, Stuttgart wird immer ihr Zuhause bleiben. Und jetzt geht es um die Praktik. Probieren Sie auf die Fragen der A2 bei A1 zu diesem Text. Seit wie vielen Jahren sind Helga und Peter verarbeitet? Was gefällt Peter an seiner Arbeit als Architekt? Warum besuchen Helga und Peter regelmäßig den Wochenmarkt? Was macht Helga in ihrer Arbeit als Lehrerin? Welche Gerichte kochen Helga und Peter am liebsten? Warum ist die Schwäbische Alpe ihr Lieblingsort für Wanderungen? Wie verbringen Helga und Peter ihre Zeit am Bodensee? Wie oft sehen Sie ihre erwachsenen Kinder? Was bedeutet für Helga und Peter ihre Familie? Was planen Sie für ihre Zukunft? Друзья, жду ваши ответы на эти вопросы в комментариях под этим видео. Напишите также в комментарии, нужна ли вам озвучка всех фраз в переводе на русский и украинский или оставить все в текстовом формате. Также напишите в комментариях фразу «Хочу еще». И я запишу для вас такие интересные рассказы «Еще». «Хочу еще». «Хочу еще».